So, ich kann jetzt ein Selfie machen. Was bringt mir das? Okay, wenn ich das jetzt mache. Ist ja auf diesem Selfie so gut aus. Ach, das kann ich jetzt machen, um interagieren, oder wie? Bringt mir das Selfie was? So, ähm, neues Gaming-Video. Äh, was ist mein Spiel? Internet Crowbar. Dazu können wir auch ein Gameplay machen. Vlog 5, mache ich jetzt erstmal das, zack. Äh, nee, bitte, nervt mich nicht. So, Internet Crowbar. Oder wie ging das andere Spiel? Automate Sailor, da könnte ich noch weitermachen. Das könnte ich ewig lang weitermachen. Mach dazu, dass du noch ein Review. Wenn das Spiel so gut abgeht. 4K-Auflösung, wir haben jetzt hier nichts Besseres, aber wir haben hier Lärmschutz. Geht's nichts besser? Okay. Cardiodid-Ausgabe, okay. Na gut, aber das geht. Das ist vielleicht für Interviews besser, oder so. Madden Bubble. Immer die gleichen langweiligen Videos. Schaut sich das wirklich immer an, das ist traurig. Ey, du bist traurig, Mann. Du hatest mich die ganze Zeit, wie so ein Idiot, Alter. Was ist mit dir falsch, Mate? Weil ich dich gekündigt habe, weil du einen scheiß Job machst. Da kann ich doch nix fühlen. Mach einen gescheiten Job. Zack. Dann hast du einfach einen gescheiten Job machen müssen, Mate. Ich wollte einfach mit Joey. Ich wollte einfach nur Joey einsetzen. Du warst einfach nur unfähig. Du konntest gar nichts. Du hast nicht mal ein Video gemacht. Du hast die ganze Zeit an deinem Ding gearbeitet, du Arschloch. An deinem Kurs. Na gut, ich habe ihn ja auch gezwungen, zu einem Kurs zu gehen, ne? Ja, ist halt so, ne? Zack. Äh, Mann. Na, komm. Du hast 23, 20 Kills gemacht, okay. Ja, gerne. Powerstorming, Kürze veröffentlicht. Okay, das ist krass. So, zack. Zack. Wir brauchen auf jeden Fall das neue, äh, Schneide-Programm. Äh, kann ich jetzt nichts machen. Ich hole es schon mal beim anderen PC. Und wir holen uns auf jeden Fall auch noch Audrina her. Kommst jetzt her. Boah, Audrina, ey, das ist doch echt nicht dein Ernst, Mann. Ich will nur einmal mit dir was machen und du kannst nicht, oder was? So, du rüstest das jetzt hier erstmal aus. Guck mal, hier kann ich auf jeden Fall einen neuen PC ja nicht kaufen. So, hier kaufe ich jetzt meinen neuen PC. So, Software. Das holt er sich schon mal hier. Hat er schon mal die beste Software hier unten. So, da ist schon mal die bessere Software oben. Das ist schon mal Respekt. Das ist einfach nur krass. Ich glaube auch, Villa ist, glaube ich, aber auch das neuste Haus. Kann das sein? Ich muss Millionen Abonnenten haben, um in das eine Haus zu kommen. So, du machst jetzt aber auch ein Video. Wir haben überhaupt kein Geld mehr. Internet Crowbar hast du nicht gemacht, ne? Madden Bubble kommt nicht so gut an. Machen wir mal Internet Crowbar mit diesem Typen hier. Zack. Das Video ist viel besser. Das kommt viel, viel besser an, bestimmt. So, Arbeitsplatz 2. Was habe ich jetzt da neu gekauft? Ich habe... Ah, das Schneide-Programm ist, glaube ich, besser geworden, ne? So, Nontindo, Werbungsvorschlag. Gerne. Cyborg-Preview-Video. Gerne. So, wir gehen jetzt erstmal zur Präsentation. Ah, der macht jetzt ein Video. Das ist jetzt nicht so gut. Ich kann jetzt, glaube ich, ein Vlog wieder aufnehmen, aber ich kann ein Selfie machen. Ich kann aber hier ein Selfie machen. Ich kann ja hier ein Selfie machen. Ich muss ja nicht immer ein Vlog machen. So, die werden eigentlich nicht gut angeklickt, eigentlich. Dass sie immer noch Spiele für die Playstation 2 entwickeln. Ja, wir können nichts machen. Aber wir können mit ihr wenigstens reden. Alter, was ist mit dir? Warum bist du so angepisst so auf uns? Alles klar bei dir? Oh, Trina, wir sind doch beste Kumpels, Mann. Mach ein Selfie. Mann, verpiss dich doch mal. So. Noch Mode reden magst du ja wahrscheinlich auch nicht, ne? So, wir machen ein Selfie hier. Zack. Hochladen. Bams. Oh, du machst Über die Yacht Ja, Überjacht ist so Klassiker Videospiel ist immer so 50-50, ey Ja, guck, die mag uns nicht Fotze, Mann Mate Alter Ja, was soll ich mit dir reden, Mann Ja, komm, ich geh nach Hause Ganz im Ernst, Audrina, du kannst mich mal am Arsch lecken Mit dir kann man ja auch gar nicht reden, ey Ganz im Ernst, kannst du nicht mit dir reden Das funktioniert nicht Dein neues Gerät ist da Von jetzt an kannst du mit deinem neuen Handy Selfies machen Und all diese Momente in sozialen Netzwerken teilen Öffne die Kamera deines Ja, hab ich doch schon gemacht Hatte man sehr viel gemacht, hast, musst du entscheiden, ob du das hochladen willst oder nicht Ist die Foto gut genug Momentan mit Fans zu teilen, hilft dir mehr Erfahrung Um neue Abonnenten für deinen Kanal zu bekommen Ich bin sicher, sie wollen, dass du jeden Moment teilst Besonders, wenn du zu einer Veranstaltung gehst Oh Mann, ich verstehe nicht, wie du bei so schlechten Videos so viele Abonnenten haben kannst Ich glaube es einfach nicht Ignorieren Deine Abonnenten haben dich verteidigt und eine Troll verjagt Ein Kanal ohne Troll ist ein Kanal mit mehr Abonnenten Oh, nice So, was ist das jetzt? Das ist ein Spiel Okay, ja stimmt Ein Auftrag, Preview zu machen Ich habe ja einen Auftrag, ein Preview zum Spiel Ich glaube War das Spiel War das das Spiel? Das spiegelt mega ab Warum nicht? Gerne Liebend gerne, Mates Gerne So, der erstellt ja immer noch ein Preview, ne? Oder was hat der gemacht? Weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat Schaut, ist die Aufnahme, Bams Lustige Begrüßung Alter, das ist riesig Das ist richtig geil, diese Wohnung hier Luxusvilla, ey Das ist einfach nur sick Einfach nur sick hier zu wohnen Zagfeierlicher Schrei Bams Einfach nur sick hier zu wohnen, ey Das ist, was ich so sagen soll Das ist einfach nur sick hier Ohne Witz Ist einfach geil So, der ist auch fertig mit seinem Video Boah, das ist richtig fett geworden Boah, das wird ja richtig fett, das Video Zack Bam Äh, meine Videos sind nie so gut, Mann Seine Videos sind Bombe Kann halt daran liegen, dass ich zu wenig Jetzt guck mal, wie weit das auch weg ist, ne? Kann ich nicht auch in der Nähe was essen? Gerne Mach mal, das Spiel nicht so gut Audrina, Mann Die hatet uns auch noch, oder was? Müssen wir dir mal chatten Jetzt ganz im Ernst Äh, du isst jetzt erstmal Energy Dann haben wir noch eine Energy Zack, wir haben auf jeden Fall eine neue Karte bekommen Eine neue Fähigkeit auch noch Was ist das? Unboxing Dot ist cool Unboxing sind bestimmt cool So, Pizza esse ich auch noch Mhm Mhm So, ähm Ich chatte jetzt mal mit Audrina Warum geht jetzt eigentlich nach oben, um zu chatten? Überraschung Wie mach ich denn ein Unboxing jetzt? Beispielsweise Das Unboxing würde ich jetzt mal gucken So, wir sind jetzt, glaub ich, auch gleich befreundet So, Audrina nochmal Jetten Boah, Fin halt die Fresse Fin halt's Maul Äh, du machst jetzt auf jeden Fall ein Video Internet Crowbar geht bestimmt immer noch ab So, äh, du machst jetzt Internet Crowbar weiterhin Oder wie, 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 wie? Automate Sailor haben wir schon ein Review gemacht Mit dem Bubble Warum willst du das nicht machen? Das war doch eh deins Ich mach dazu ein Review So, der macht Ja, lass den jetzt einfach mal an den ersten PC ran So Ein anderer Mates macht jetzt Der macht jetzt Der jettet jetzt die ganze Zeit mit Audrina Jettet jetzt jedes Mal mit Audrina Die ganze Zeit, bitte Wobei, ich mach jetzt, glaub ich, auch Gleich ein Unboxing So, wie mach ich jetzt das Unboxing Äh, ich hab jetzt keine Ahnung Wie ich das mache Wenn ich vielleicht was kaufe Äh, so Sag mal, auf Amazon kaufe ich jetzt ein Spiel Dezember 12 Neueste Erscheinungen 12. Dezember Ja, das Spiel ist Beliebt, denke ich mal Aber es hat nur einen Stern Mach mal jetzt trotzdem einfach ein Preview Wie mach ich jetzt dazu einfach ein Review Kann ich jetzt vielleicht jetzt ein Review machen Ah, hier Unboxing Geil, okay Bei so Videospielen Beziehungsweise von Eigeneinkaufen Also keine Überraschungskäufe Kann ich das machen, okay So, Omniausgabe Zack Arbeitsplatz 1 Ne, der will ja am Arbeitsplatz 1 was machen Das heißt, ich muss am Arbeitsplatz 2 was machen Äh, dann machen wir Omniausgabe Zack Fortsetzen MicroTurismo Unboxing Okay, und das lade ich jetzt einfach hoch Oder was So, du lädst das auch hoch, mate Ach, das erstelle ich jetzt am Video Äh, hier Ah, okay Ah, das ist interessant Okay, so Lustige Bösung, Bates Unboxing-Videos haben wir noch nie gemacht Also Das ist etwas Neues, meine Damen und Herren Ah, hier Fuck Du musst eine einfache Aufgabe bewältigen Welche einfache Aufgabe, mate? Das ist Ladebildschirn mit Hinweis, Junge Wir machen ein Unboxing, mate Das ist Das ist Zum Beispiel Jetzt ein bisschen Scheiße umgesetzt Ist doch klar, dass man beim Unboxing Jetzt natürlich nicht das Spiel spielt Eigentlich Man spielt das Spiel doch gar nicht Wenn man das unboxt Aber das passt, denke ich mal Ja, da kann ich jetzt nichts reinnehmen Ist mir auch egal So, das schneiden wir direkt Soll ich mal sehen, was beim neuen, äh Aufnahmeprogramm Oh, lecker, Alter Aber ich kann nicht so viel rendern, wie ihr seht Ich kann nicht so viele Effekte benutzen Weil das viele Renderpunkte benötigt Kann ich gar nicht beim neuen Kann ich mit diesem PC gar nicht machen Habt ihr ja selber gesehen Das geht gar nicht So, ich versuche jetzt einfach nochmal ein bisschen mit Autorina zu jetten Warum willst du mal an dem PC, du Fotze Ja, ach was Musst doch nicht hier auf dem Ding jetten Geh wieder runter Du Behinderter, Mann Du machst jetzt auf jeden Fall auch noch ein Video Welches Spiel habe ich neu jetzt gekauft? Mikro Turismo Dazu kannst du ein Preview machen, Mate Auf Arbeitsplatz 2, genau So, Omniausgabe Ne, hier Zack So, und du chattest jetzt hier Verfickt nochmal So, und du chattest jetzt mit Autorina, Mate Du willst ne Party machen? Warum benutzt du eigentlich immer diesen PC, Mann? Ist doch nicht der Standard-PC, ey So, ich gehe jetzt auf jeden Fall mit ihr in die Disco Ganz im Ernst, wir müssen auf jeden Fall einen neuen Mitarbeiter Das ist jetzt auf jeden Fall mein Hauptziel Gar nicht Videos machen oder so Ich will jetzt erstmal hier Versteht sich Mit ihr sich gut verstehen Da ist ja Christian, das Arschgesicht Ach, mit dem kann ich jetzt gar nicht reden oder was? Tanzen, komm Ach, die mag das gar nicht oder was? Ja, Partys reden Mann, jetzt dreht ihr mit mir, du Fotze, Alter Warum geht das nicht? Ach, da kriegt Ich kriege ja trotzdem Hä? Aber die macht ja nichts Ja, okay Das Spiel ist ein bisschen Manchmal ein bisschen komisch Finde ich auch komisch irgendwie Bei dem Spiel Ja, okay Wie lange geht das jetzt? Geht das bis 100 ist oder was? Okay Ich kann damit leben Wenn das bis 100 geht, dann okay Von mir aus Was kann ich dafür, mate? Das war voll behindert Das war saunice Da kann man ja richtig easy Beste Freunde werden Ja gut Die will Kann die bestimmt auch gleich einstellen Wie gut brauche ich denn hier ein Welches gute Verhältnis brauche ich denn Um mit ihr Äh, um sie einzustellen Wieder beide einstellen Was ist das mit ihr? Geil, die ist jetzt bei mir drin Die ist jetzt auch Die arbeitet mit mir zusammen Okay, das heißt Die will 700 Okay, so Sagen wir mal 800 plus nochmal 1200 dazu Sind 2000 Nur für Gehälter Schon mal Ja? 2000 nur für Gehälter Und dann nochmal 1000 3000 brauche ich jeden Monat Äh Gut Weiß ich Bescheid hier Einkaufen Wir müssen auf jeden Fall Diesen PC hier aufrüsten Aber sowas von So, Gehäuse Zack Tastatur Also HD Ready Muss auf jeden Fall Mindestens sein Zack Handys brauchen wir jetzt erstmal nicht So Nicht Ich rüste jetzt auch noch Äh PC unten auf Kann ja bestimmt Du machst Kannst ein Unboxing machen Oder nicht Kann die kein Unboxing machen Äh So Was haben wir noch nicht gemacht MicroTourismo Haben wir ja auch MicroTourismo Haben wir ja nie ein Video gemacht Das heißt Du kannst das ja machen Arbeitsplatz 3 Ist deins So Wobei Ich würde halt gerne Hier alles aufmachen Bevor wir jetzt irgendwas machen So Was Gibt es denn hier Neues Das beste Gehäuse Habe ich ja schon mal hier Tastatur Habe ich auch das Beste Monitor Zack Können wir jetzt auf jeden Fall kaufen Maus Habe ich auch das Beste Webcam Habe ich das Beste Glaube ich Ne habe ich nicht So Mikrofon Wir können es uns eigentlich echt leisten Das ist kein Stress So das kaufen wir uns auch noch Software Naja Scheiße Die Software haben wir jetzt nicht So Öffnen Jetzt kommen wir jetzt mal die ganzen Naja Hier Kann ich das nur bei Kann ich nur Spiele unboxen Oder was Oder Und irgendwas Equipment Kann ich scheinbar nicht unboxen So machen wir Das geht nicht Verstehe ich jetzt selber nicht Aber ist okay Äh Gerne Weiß jetzt nicht was ich da kriege Aber wieso Joker Game Okay man Das ist doch Das ist mein eigener Kanal So da macht er ein Preview Daraus Stimmt Da macht er das Preview Und die kann er das Gameplay dazu machen Das ist ja kein Stress Guck mal ich kann nicht mal was machen Nebenbei Das war einfach nur blöd Das ist einfach nur Zeitverschuldung Was ich hier mache Sag Ergebnis 675 Neues So 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 du kannst jetzt ein Video aufnehmen So Mikro Turismo ist jetzt dein Gebiet Verstehen wir uns da So kein Filter Zack Mono Ausgabe Niedrige Auflösung Das ist scheiße Na komm So Jetzt auch erstmal jetzt was Du machst aber jetzt auch gleich noch ein Video Ne Das ist dir schon klar Ich glaube ich mache jetzt ab sofort Immer automatische Videos Ist glaube ich tausendmal besser Es ist einfach viel besser Ich glaube ich mache das wirklich so 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 Energy Drink Ach der entnimmt das gar nicht Gut Äh So Neues Video machen wir hier Neues Gaming Video Äh Welches Spiel hast du denn Was habe ich denn gemacht Automatik Sailor War ich das? Der das gemacht hat Video Auflösung Oh das ist richtig fett Alter wie sick ist denn das Ist ja mega sick So das machen wir automatisch Zack Ah die ist ja gar nicht Die macht das ja gar nicht Die zockt das ja auf dem PC Das ist Michael Turismo Stimmt das ist ja ein PC Spiel So der macht jetzt auch Dieses Video hier zu Ende Muss ich wenigstens die Karten ja immer nicht machen Gehts automatisch Werbungsvorschlag Äh Tiny Barcode Paint Brawl Das kannst du gerne machen Mate So dann machst du Ich muss jetzt mal hier Gameplays machen Zu dem Spiel Das ist das Problem Ach die ist fertig mit dem Video Ja ist auf jeden Fall sehr sehr gut geworden Mate So Ah der PC ist glaube ich noch nicht so schnell Mit dem Hochladen glaube ich So du musst jetzt erstmal So zack hier du Du macht Du mach ein neues Video Du Review machen zu Tiny Barcode Dazu muss ich aber erstmal ein Gameplay machen Und dann muss ich das Review machen Das ist das Ding sonst Interessiert es ja keinen So Arbeitsplatz 2 4K Auflösung Automatisch Zack Ich muss nämlich jetzt erstmal hier Gameplay machen Und dann kann ich erst Ein Review machen So Du bist jetzt auch Für irgendwas zuständig Du kannst ja noch ein Ach kann Kann es ja gar nicht Stimmt das wird ja gerade hochgeladen Äh Ist der PC wirklich so langsam Das muss man echt mal Ja gut ich kann es verstehen Wir haben hier ein richtig scheiß Gehäuse und alles So hier Video erstellt Okay es passt Denke ich mal Zack Müssen wir ja auch nicht mal schneiden Das ist auch das Geile dran So kannst du es direkt hochladen Aber ich glaube manuell bestellte Sind noch tausendmal besser So Können ja so langen Kurs machen Ganz im Ernst Was anderes können wir jetzt eh nicht machen Joe macht eh gerade ein Video Jetzt muss er auch noch direkt hochladen So Dieser Christian ey So ein Spasti So die anderen zwei werden jetzt auf jeden Fall Immerzu Videos machen So Du machst jetzt auf jeden Fall wieder ein Video Äh Ruf bei Notino verbessert Okay Oh sick Äh Mikroturismo Ist ja dein Let's Play so oder so Dann wollen wir das auf jeden Fall weiter Zack Äh Nicht auf Arbeitsplatz 2 Du bist auf Arbeitsplatz 3 Niedrige Auflösung immer noch So Du hast ein Video fertig Oh 4.000 ey Sick mate So und jetzt kannst du Tiny Barcode Paintroll Ich lasse die beiden jetzt arbeiten Die können auch den ersten PC benutzen Ist mir gerade echt egal So auf Arbeitsplatz 1 bitte Kannst du gerne machen So Und dann machst du ein Review Ganz leicht So Auf dem ersten PC ist so oder so Boah ich muss jetzt erstmal die Rechnung bezahlen können 6.000 Verdiene ich im Monat 2.000 Kriegen die Und nochmal 1.000 glaube ich Für Ja Was mich interessiert würde Kann ich auch hier einen anderen Kanal so gesehen führen Was ist wenn ich jetzt einen Koch hätte Würde der Koch Videos machen Oder auch Gameplay Weil das weiß ich jetzt nicht Weil die haben jetzt Gaming Erfahrung Und die kann ich einstellen Das geht easy Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.